... Edward war ein Hassistin, eine Schnauze war sein Mund Und Edward hatte obendran ein riesengroßes Riechorgan Hatte Edward was gerochen, rochen Kriegte er dafür nen Knochen Selbst die gleich krübel Schitt Kriegte Edward daher mit Edward hielt das für ein Spiel und der Knochen war das Ziel Das hat Edward angeführt und so hat er schnell gelernt Gerade bei Typen, die was befällt Wo es war ganz besonders schnüffel Weil schon sah es ihnen an Ohne jedes Lichtorgan E-Duan 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 Eduard war ein braver Hund, wachte niemals nach dem Hund, denn er war in all den Jahren immer gut damit gefahren. Hatte Eduard wasch gerochen, klingte dir nach Hürdenknochen, manchmal nach dem Schweigen klingt, das hat Eduard geniegt. Eduard, 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 Eduard. Und dann, lieber wir tanzen doch mal nach, es war still niemals aufgewacht, hatte heute nicht gerochen, hatte heute keinen Knopf. Dacht, ich seh nur an das Tier, oh sag Gott, was mach ich hier, ich tu immer meine Pflicht, doch dann wird einer nicht. Und dann, lieber wir tanzen doch mal nach, es war still niemals aufgewacht, denn er war noch nicht. Der nächste größten Fund, wie nur ab der Hass ist rund. Nicht nur die Nase reingesteckt, sondern halt nicht dran gelenkt. Die Nase kam versüßt, da hat er eingesehen, dass es niemand etwas wünscht, wenn ein Zöller das gewünscht. Macht ein Schluss, wenn morgen fliegt und bin mit dem Nächsten fliegt. Mit dem Nächsten fliegt der Paprika Staufe und ihm ein Lila alles verkaufte. Er kam auf einen Mauernhof und lebte da als Philosoph, wohl gelitten, was ein Staat, der seine große Gabe war. Er kam auf einen Wiesnestand, der die Statt, über alle drüben Pfanns. Und so war ein Papa zum Nase. Ich bin der Wartner, ich bin der Wartner, ich bin der Wartner. Amen.